Die Comic-Con San Diego hat ein riesiges Problem. Der Event hat seit einigen Jahren schon immer wieder mal kleinere Probleme, das altehrwürdige Image aufrecht zu erhalten. Nun haben fast alle großen Produktionsfirmen und Studios angekündigt, dieses Jahr keine Panels auf der SDCC abhalten zu wollen, inklusive der Marvel Studios und Disney. Zum einen kommt es natürlich von der aktuellen Situation rund um die WGA-Strikes. Es ist vieles ungewiss und Studios können im Moment da nicht die wildesten Versprechen und Pläne machen. Zum anderen gibt es aber auch weiterhin die generelle Entwicklung, dass diese großen Firmen ihre eigenen Events veranstalten möchten, wo sie dann News mit ihren Fans teilen. Es besteht daher durchaus die Chance, dass die SDCC sich in den kommenden Jahren stark verändern wird und man sich dort auf andere Event-Elemente konzentrieren muss.